Jo, jetzt wird Equipment verstaut, dann wird losgefahren zum Drehort, dann wird für das ITP ein wunderschönes Video gemacht. Ich bin auch heiser von gestern, weil ich da noch aufgenommen habe, aber das Song ist geil geworden. Ich freue mich drauf, den mit euch zu teilen. Let's go! Das ist jetzt das Tonstudio hier. Ich habe auch noch ein bisschen Schaumstoff mitgenommen, das kann man nicht alles einrichten und machen eine zweite Buchtigkehle. Oh mein Gott, wie ist das so gut, wie ist das denn? Ich mache dir dann Lipsync oder singst du da oder rappst du dann wirklich mit? Oder hast du nur, weil wenn ich richtig singe, dann verziehe ich das Gesicht. Nein, nein, also wir machen Lipsync, das heißt, nehmen wir. Okay, dann einmal Lied an. Okay, let's go. Läuft alles? Kamera läuft. Ton läuft. Ja, okay, los, los, los. Nochmal? Oder war gut? Fuck, Mann, mit diesem Schnee. Alter Scheiße, guckt euch das mal an. Aber es war nicht an der Stelle leider. Guck mal, wie es aussieht. Junge! Also ohne Witz, das sieht ja so gut aus. Juri, hast du dich schon mal gesehen? Nein. So, rein. Oh, mit dem... Oh, ha, 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 ha. So, wie sehen muss auf jeden Fall sein. Ja, das kommt rein. Okay, wenn wir gleich nochmal Schnee haben, dann müssen, dann sobald Schnee ist, dann rechnen wir ab. Egal, was wir machen, stellen dich nochmal hin mit Schnee, weil das ist super. Und ich bleib einfach nur spinnen. Du bist einfach Schnee. Okay, dann machen wir jetzt, Robben. Mit Mikro. Schnapp dich schnell und nerf uns ab. Nein, 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 es geht nur darum, dass ich eine Performance mache, wo ich, äh, wo es so aussieht, als ob ich kalt drauf bin. Ach so. Wenn du das von der anderen Seite schmeißt, da hast du mehr Platz zum Ausholen. Oh, nein. Oh, mein Gott, ich muss mitmachen. Oh, mein Gott, ich muss mitmachen, ey. Oh, mein Gott, jetzt hängt es doch. Ja, da wollen wir das Mikro haben. Weißt du, als Kolja gesagt hat, lass früher kommen, das können unvorhergesehene Dinge fassen. Oh, oder so. Alter! Ja, das musst du mitmachen. Take two. Take. Nein. Janik muss eigentlich bitte. Hahaha. Am Boden zu liegen, da kannst du es so machen und dann Vogel zu fliegen. Ja, das ist komisch, ja. Und das ist halt, glaub ich, schwierig. Außer, dass ich morgen krank werde. Sehr wahrscheinlich. Servus, guter Mann. Ja? Wir wissen nicht zufällig, wie man das Ding ausschaltet. Ich hab's mit dem Ausschalter versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich will probieren. DJI ist ja so special. Jedes Mal, wo ich verkackt hab gerade, hab ich meinen Text beim Aufnehmen umgeschrieben. Und ich weiß dann nicht mehr, welche Version jetzt die war, die ich ja wieder genommen habe. Wie fühlst du dich jetzt noch nach dem ersten Take? Scheiße, das wird besser. Das ist eigentlich die beste Performance. Warum? Ja, die Aufnahmen sind richtig gut, sag ich dir. Die sehen geil aus. Das hab ich auch gesehen. Ja, das wird es auch. Aufwärts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020